Musik Wie sieht es jetzt aus? Kommen die Bewohner irgendwo unter? Ja, auch da, da haben wir natürlich jetzt Glück. Der Verwandte der Bewohner wohnen direkt hier im Haus oben dran. Also Sie werden hier unterkommen können und insofern ist auch das jetzt nicht so schlimm angesichts der Umstände. Nach dem verheerenden Brand des Wohnhauses in der Kaiserhausstraße am Samstag, dem 14. Dezember 2019, hat die Gemeinde Bernau für die betroffene Familie und Hausbewohner ein Spendenkonto eingerichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017